Unterhalten wir uns doch mal über Content-Kreatorinnen, also Damen im Internet. Und wir greifen mal kurz auf, was für DIN geschrieben hat. Dort wird gesagt, oder wurde gesagt, oft sagt man, Frauen machen Streams, etc. wegen Kohle und Aufmerksamkeit. Wenn wir uns mal die etwas größeren Damen ansehen, da wird es bestimmt die ein oder andere geben, die das für Zaster macht und für Aufmerksamkeit. Es wird auf der anderen Seite genauso Männer geben, die das für Aufmerksamkeit und Zaster macht. Jetzt haben wir folgendes Problem. Woher wissen wir, dass Menschen das für Zaster oder Aufmerksamkeit machen? Das können wir nicht wissen. Wir können immer nur dem glauben, was Menschen sagen. In jüngster Vergangenheit gab es ja eine Dame, die hat ein bisschen Yoga gemacht und schlabberte so ein bisschen am Mikrofon rum und hat so einen wunderschönen Linktree-Link in ihrem Chat, wo man ganz viele andere Sachen findet, wo sie Sachen anbietet, die man sich kaufen könnte. Da würde ich schon sagen, macht es den Eindruck, ich betone das extra, es macht den Eindruck, als wenn es da um Zaster geht. Jetzt nehmen wir einfach mal, nehmen wir mal eine Pui. Ich würde mal wirklich meinen, da geht es nicht wirklich um Zaster, sondern um den Spaß an der Sache. Um das, was man gerne macht, mit anderen zu teilen. Und da würde ich sagen, ist das auch sehr, sehr offensichtlich. Wenn wir jetzt mal allgemein das betrachten, die Rolle der Frau im Internet. Woher kommt denn diese Rolle? Wird die Rolle von Männern auferlegt oder suchen sich Frauen das selber aus? Also in den Jahren, als ich angefangen habe, und das ist 2000 gewesen, nicht mal, also ja, es war 2000, da war das sehr, sehr selten, dass mal eine Dame im Internet war oder mit dir gezockt hat, weil das da einfach noch nicht so gängig war. Es war nicht gängig und Frauen haben sich auch immer noch ein bisschen versteckt. Beispielsweise können wir Personen finden, die sich versteckt haben, also ihr Geschlecht versteckt haben und in WoW die typische Healerin gewesen sein. Heute, in 2022, gibt es sehr, sehr viele starke, unabhängige, nicht dominante, sondern selbstsichere, also im Auftreten selbstsichere Frauen. Beispielsweise Schocks, die über sehr viele Themen redet und ganz große E-Sport-Events kommentieren. Diese Frauen geben anderen Frauen die Möglichkeit, sich da drin zu sehen und zu entfalten. Jetzt haben wir wieder Dieter, 42, neben seinem Tisch eine riesige Packung Bodylotion und ein paar Taschentücher. Und der hat die Rolle dieser Person, diese Rolle, noch nicht anerkannt und hebt sie entweder aufs Podest, weil es super selten ist und es ist die Königin. Es wird nie wieder eine andere dieser Art geben. Dann hast du noch die andere Fraktion, die noch in der Höhle lebt und aus Frauen, die nichts Könner macht. Also sie können nicht zocken, sie haben kein Aim, dies, das, ananas. Aus welchen unerklärlichen Quellen auch das herkommt. Wahrscheinlich irgendein schönes YouTube-Video oder sonstiges dergleichen. Und so prallen immer irgendwelche Welten aufeinander. Jetzt sind wir bei der Kommunikation angekommen. Also in der Bubble des Internets macht eine Frau ja immer alles für Aufmerksamkeit. Alles. Sie trägt Dekolleté wegen Aufmerksamkeit. Sie trägt Hotpants wegen Aufmerksamkeit. Sie zeigt Haut wegen Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit impliziert jetzt in dem Fall, wie ich das meine, Geld und Ruhm. Natürlich wird es die eine oder andere Dame geben, die das bewusst auslebt und mit diesen Reizen spielt, um damit Geld zu verdienen. Und das ist sehr offensichtlich auch in der Just-Shatting-Kategorie zu finden. Ganz offensichtlich. Hier wird aber an der Stelle gar nicht differenziert. Weil am Ende des Tages, und jetzt nehme ich mal mich als Beispiel, ich würde mich sehr freuen, wenn meine Freundin slash Frau zu Hause in Hotpants rumläuft und viel Haut zeigt. Weil ich das schön finde. Ich finde das sehr ansehnlich. Stört mich das, wenn jemand zu Hause bei sich in seinem eigenen, in seinen eigenen vier Wänden sitzt und das überträgt? Stört mich das? Absolut nicht. Ist das deren Zuhause? Definitiv. Kann ich das differenzieren zwischen, da möchte jemand Geld machen und da ist jemand einfach nur ganz normal zu Hause? Absolut. Haben Menschen aber verlernt über die ganze Zeit, das zu differenzieren? Ja, haben sie. Und es werden alle über einen Kamm geschert. Die werden sofort in eine Box gepackt. Egal, also wirklich egal in welcher Form du dich gibst, egal ob du dich bis oben zuknippst, ob du Dekoté zeigst oder nicht, am Ende machst du es immer für Aufmerksamkeit und Geld. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, denn diesen Menschen wurde das noch nicht erklärt. Also den Menschen wurde das nicht erklärt. Weil jedes Jahr, selbst, also immer noch, in 2022 kommt dieses Thema auf, dass Frauen es viel einfacher haben auf Twitch. Was eine absolute Lüge ist. Also statistisch gesehen ist das eine absolute Lüge. Und in diesen Streams verlaufen sich, würde ich jetzt mal sagen, das ist eine Vermutung und das ist ein ganz wilder Take, in diesen Streams verlaufen sich die das, die charakterlich nicht wirklich sehr ausgeprägt sind und ihre Schwierigkeiten haben, ein schweres Leben haben und bei Frauen keine Chance haben und deswegen erzählen sie so eine Scheiße. Weil da ist nichts dran. Weil selbst wenn du dir prozentual, also wirklich statistisch gesehen das anschaust, hast du in den Top 20 bis Top 30, der Top-Streamer und Content-Creator auf Twitch, ist keine Frau drin. Da ist keine Frau drin. Und wenn du jetzt mal selbst in den deutschsprachigen Raum guckst, nimmst du dir eine Jen, eine Sintika, eine Suki, eine Farbenfuchs, ähm, äh, Dona. Das sind ja schon alles sehr, würde ich mal sagen, sehr, sehr kompetente Frauen. Sehr selbstbewusst, starkes Auftreten. Wo sind die denn? Also wo, wo sind die statistisch gesehen gegenüber den Männern? Verdienen die viel Geld? Ne. Sind da viele Zuschauer drin? Jo. Warum sind da so viele Zuschauer drin? Das war's dann aber auch. Also an welcher Stelle hat's denn jetzt eine Frau einfacher? Ne Frau hat's zum Beispiel schon mal nicht einfacher, weil sie permanent, und wir reden jetzt mal, wir reden mal jetzt nicht von einfacher, weil's einfacher ist, sondern dieses Einfach, was dort gesagt wird, sind Menschen, die gar nicht sehen, a, was da für eine Arbeit hintersteckt, b, dass sie überhaupt an der Stelle noch nicht mal mit den ganz, ganz großen Spielen, da, wo sie eigentlich sein sollten, theoretisch, nach diesen Aussagen, ja, da sind die nicht drinne. Sie verdienen gutes Geld, aber die sind nicht da, wo es denen immer gesagt wird. Und jetzt fragen wir uns mal, warum haben sie es denn einfacher? Also, einfacher, dass da Leute einen Tau hier mal reinboxen. Warum haben sie es denn einfacher? Naja, weil Männer grundsätzlich, also würde ich jetzt mal sagen, dass der Mammutanteil der Männer dort Geld reinschmeißt, weil die wahrscheinlich irgendwelche charakterliche Züge haben, wo sie das Zwiebelleder öffnen und sich Liebe erkaufen wollen. Oder weil sie einsam sind oder Aufmerksamkeit brauchen. Wobei Einsamkeit und Aufmerksamkeit brauchen in dieselbe Schiene reingehen. So, also an der Stelle ist doch der Mann, der sich darüber beschwert, eigentlich doch das eigentliche Problem an der ganzen Sache. Und da müssen wir uns gar nicht über die ganzen DMs unterhalten, wir müssen uns nicht über Dickpics unterhalten, wir müssen uns nicht über den Druck unterhalten, dass sie ständig hübsch sein müssen, müssen wir uns auch nicht unterhalten. Wir müssen über all diese Sachen gar nicht reden. Weil über diese Sachen, wenn es heißt, die Frauen haben es einfacher, wird darüber gar nicht gesprochen. Ich habe dazu ein ganz gutes Video gemacht. Für den Einstieg ist es für eine Frau einfacher, 10 bis 20 Jünger im Durchschnitt zu reden, weil Zweifel, weil Verzweifelte gibt, die gezielt nach solchen Kanälen suchen. Um wirklich groß zu werden, ist es aber deutlich schwerer, sich in der männerdominierten Plattform auf teilweise viel zu hart übersexualisiert wäre, seriös durchzusetzen. Das ist absolut korrekt. An der Stelle kannst du dir irgendeine Thematik nehmen, du kannst dich auch hinsetzen im deutschsprachigen Raum und einen Joint rauchen und dann hast du auch 20 Jünger. Dann hast du auch 20 Jünger. Wenn du deine Nische findest, in der du dich bewegst, dann wird das genauso eintreten. Es ist korrekt, dass es an der Stelle bedürftige, also nennen wir sie mal, bedürftige Männer gibt, die sich diesbezüglich dort entfalten. Ja, findest du auf jeder Plattform. Und das schon seit, also diese Thematik an sich, Sex fucking sells, ist schon seitdem wir denken können, ist das vorhanden. Ist das gut? Weiß ich nicht genau. Ehrlich gesagt, ich hab Tage, wo ich sage, ey, let's go, macht euer Ding. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, diese Plattform ist ab 13, das finde ich dann schon wieder ein bisschen kritisch. Grundsätzlich diese Aussage, Frauen haben es einfacher, sind wirklich von, also diese Aussagen, und das würde ich jetzt auch wirklich so unterschreiben, kommen von gebrochenen Männern, die wahrscheinlich irgendwann mal von irgendeiner Dame rejected wurden. Also abgelehnt wurden und da nicht hingekommen sind. Und auch diese ganze Überglorifizierung und Sexualisierung einer Frau im Internet ist katastrophal. Und das Schlimme daran ist, dass die Menschen zu Hause sitzen, in ihrem eigenen Kabuff und den Arsch nicht hochkriegen und die reale Welt mal aufnehmen. Wenn Menschen abgelehnt werden, dann drehen die komplett am Zeiger manchmal. Weil diese Argumentation, die dort geführt wird, also worauf sich Menschen stützen, dass Frauen es einfacher haben, ist halt völliger Blödsinn. Weil diese Aussage kommt von einem Mann, der wahrscheinlich sogar ausschließlich Frauen-Content konsumiert. Und das ist völlig okay. Nur musst du an der Stelle wirklich mal reflektieren, was du mit dieser Aussage eigentlich sagen wolltest. Frauen haben es einfacher. Weil Männer triebgesteuert sind und nach Optik gehen. Bewiesenermaßen. Sitzt da eine hübsche Frau, gehen die da rin. So. Haben es Frauen jetzt einfacher? Weiß ich nicht, ob man das unbedingt einfacher nennen kann, wenn man den ganzen Tag sexualisiert wird und mehr oder weniger, was heißt, nee, nicht mal mehr oder weniger und dazu noch belästigt wirst. Ist das unbedingt einfacher? Also an der Stelle möchte ich wirklich mal an alle Männer da draußen appellieren, glorifiziert nicht immer die Damen, die im Internet sind. Das ist nichts Besonderes. Je mehr diese Menschen, je mehr dieses Geschlecht glorifiziert wird und je mehr Menschen sie auf ein Podest heben, desto beschissener wird es am Ende. Weil nachher für den Mann oder das männliche Geschlecht es normal ist, die Frauen zu sexualisieren, sie zu belästigen und dadurch ziehen die sich nachher auch wieder zurück aus der ganzen Plattform. Das einzige, was du machen kannst, ist sie equal auf Augenhöhe zu behandeln und dann bist du auch fein raus aus der Nummer. Weil dadurch erreichst du am Ende viel, viel mehr und dadurch inkludierst du das weibliche Geschlecht, anstatt es zu exkludieren. Aber das kriegen ja Menschen wieder nicht auf eine Reihe und deswegen exkludieren sie die Frau, heben sie auf ein Podest und sagen, es ist einfacher, ich schicke Dickpics, darf ich deine Socken haben, darf ich dies, darf ich das, darf ich ananas. Weil diese triebgesteuerte Scheiße aus 2000 vor Christus, als wir noch in der Höhle gekackt haben, die zieht heute nicht mehr. Es ist Zeit für einen Wandel. Es ist Zeit für einen Wandel, Zeit zu überdenken, Zeit dein Verhalten der heutigen Zeit zu überdenken. Das geht so nicht. Und dann so ein Reis ins Internet zu pusten, ist noch viel schlimmer. Weil das ergibt auch keinen Sinn. Das ergibt nülliger Sinn, was da gesagt wird. Am Ende des Tages, weil es gerade da steht, dieses Argument, das ist halt so, weil wir Männer so sind, statistisch gesehen und auf Studien basierend ist es so, dass Männer nach Optik gehen und sich dadurch angezogen fühlen. Männer suchen ihre Partnerinnen anhand von Optik aus. Und der Mann per se ist auch sehr triebgesteuert. Der Mann ist sehr triebgesteuert. Du musst halt aber irgendwann lernen, dieses, ich nenne es jetzt mal Monster, in dir drinnen zu kontrollieren. Nein, Frauen sind nicht, äh, Frauen sind statistisch gesehen, gehen mehr nach dem Charakter und nach dem Auftreten eines Mannes. Und wir reden jetzt nicht davon, dass es Ausnahmen gibt. Wir wissen alle, dass es jetzt gleich wiederkommt, aber es gibt auch Frauen. Natürlich gibt es auch Frauen, die triebgesteuert sind. Absolut. Absolut. Gut. Statistisch gesehen haben sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht diese Attribute. Punkt. Faktisch gesehen ist das so. Es gibt immer eine Ausnahme. Nichtsdestotrotz ist die Rolle der Frau in der jetzigen Internet-Zeit und auch hier super bescheuert. Wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, weil es Babyish geschrieben hat, in Amerika werden Content-Creator verklagt wegen Liebesbetrug. Ja, an der Stelle möchte ich trotzdem nochmal auch appellieren, du bist dafür verantwortlich. Wenn du mit dir spielen lässt, musst du was ändern. Also wenn ich jetzt bei einer Yoga-Dame reingehe, die am Mikrofon schlabbert, bewegt sich bei mir gar nichts. Da gucke ich keine zwei Minuten rein, weil ich ganz genau weiß, worum es da geht. So. Also wie wäre es denn, wenn wir für diese beiden Themen mehr Aufklärungsarbeit leisten? Dass wir diese Themen wirklich mal bewusst besprechen. Das macht aber niemand. Was halt passiert ist, äh, Frau Wobbsführer einfach am Ende. Also Milchbaum kriegt jeden Monat 1500 Euro Donation reingedoppert. Hast du dich mit dem Thema befasst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du dich damit befasst hast. Hast du dich mit Menschen per se schon mal auseinandergesetzt? Warum diese Dinge überhaupt funktionieren? Warum du da überhaupt drauf anspringst? Nee. Und das sind Dinge, die fallen unter diesem, äh, die fallen unter diesem Satz, der da gedroppt wird, den Verdienen ja zum Anfang gebracht hat. Die fallen einfach hinten runter. Das Ding ist, ich muss euch nicht, ich muss euch Männern da draußen, also meinen männlichen Zuschauern, das nicht erklären, dass bei nicht allen, sondern explizit bei denen, als Beispiel, die gerade aufgezählt wurden, da geht es einfach nur um Knete. Das heißt aber nicht, dass alle so sind. Nicht jede Frau ist eine Prostituierte und möchte deinen, äh, Penis beglücken, weil sie dich gerade gesehen hat oder ein Penisbild von dir gesehen hat. Oder nur, weil du mal eine 50 Mark da reingeknallt hast, möchte die Dame auch nicht gleich mit dir ausgehen. Es ist keine Prostituierte, kein Au-pair und das ist auch kein Onlyfans. Das ist eine Dame, die Internet im Internet Content macht. Genauso wie dein Lieblingsstreamer auch, dem du Geld gibst. Und mit dem willst du auch nicht essen gehen. Mit dem willst du auch nicht essen gehen. Und das ist kein Unterschied, ob da jetzt zwei Brüste dran sind oder ein Penis. Es ist ein Mensch, der Content macht im Internet. Wenn du diesen Content konsumieren möchtest, kannst du dich gerne bei Shaden melden, kannst du abonnieren und dann kannst du dir das reindonnern. Oder du gehst im Puff, aber doch nicht im Internet. Und dann diese Erwartungshaltung zu haben. Da ist doch was verkehrt. Und so wirst du auch nicht landen bei einer Frau. So wirst du nicht bei einer Frau landen, die du dir wahrscheinlich an deiner Seite haben möchtest, weil du bist dann eh nur der scheiß fucking Sugar, der dir das Portemonnaie aufmacht und den macht hier. Es gibt natürlich auch den Kink, muss man dazu sagen. Es gibt den Kink, wo Menschen darauf stehen, das zu tun. Vollkommen okay. Und dann gibt es Krankheitsbilder, wo das auch passiert. Auch okay. Wir reden jetzt mal von, ich sag mal, dem Orthonormal-Konsumenten. That's not gonna happen. Du wirst keine Socken kriegen, du wirst keine Unterwäsche kriegen, du wirst nicht essen gehen, du wirst nichts diesergleichen mit deinem Zaster erreichen. Du kannst im Puff gehen und dafür kriegst du mehr. Hört auf, die Frauen, als auch gleichzeitig Männer, aber in diesem Fall, weil wir über Frauen reden, auf irgendeinem Podest zu stellen. Am Ende wollen wir alle so sein. Gleichberechtigung. Und nur weil da zwei Brüste dran sind und du ein bisschen Dekolleté siehst und dein Blut von hier oben ganz kurz nach da unten schießt, lernen dein Blut zu kontrollieren, dann hast du auch diese Probleme nicht mehr, dass du so einen Reiß von dir gibst. Durch dieses ganze Glorifizieren der zockenden Frau beispielsweise, verschließt du dich selber und arbeitest an Gewohnheiten, die es dir nicht mehr möglich machen, ganz normal auf einer Straße mit einem Menschen zu reden. Du gewöhnst dir Verhalten an, was dir wahrscheinlich dein Liebesleben kaputt machen wird, weil du wirst Liebe nicht kaufen können. Du wirst es nicht kaufen können und du wirst auch nicht mit einer monatlichen Donation mit irgendwem ausgehen können. Wenn du es brauchst und das so möchtest, kannst du Au-pair, es gibt Au-pair, es gibt Puff, du kannst überall dort hingehen an dieser Stelle. Da funktioniert das. Draußen, fernab von diesen Geschäftszweigen, da läuft der Hase nicht so. Der läuft nicht so. An manchen Stellen wird er vielleicht so laufen, das ist aber selten. Au-pair, nee, Au-pair, Verzeihung, Escort, Escort, ich meine Escort, Escort, Au-pair ist, wenn sich Menschen und Kinder... Ja, 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 Escort, ich meine Escort, Verzeihung, danke, ich habe mich versprochen. Verzeihung, 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 Verzeihung. Ist mir auch gerade aufgefallen. Entschuldigung. Es ist nicht verwerflich daran, den Menschen so viel Geld zuzustecken und ihn dabei zu unterstützen. Daran ist nichts verwerflich. Das mit einer Erwartungshaltung zu tun, das ist wiederum kritisch und problematisch. Auch wenn dir das so verkauft wird. Man muss sich das immer vorstellen, und das ist meine liebste Analogie, Twitch ist wie ein scheiß Dripclub. Der Streamer, der betanzt dich die ganze Zeit, dass du ihm Geld in die Tasche reinsteckst. Die Frage ist nur, was hast du für eine Erwartung, wenn du das Geld da reinsteckst. Und die Erwartungshaltung ist leider oft die falsche. Noch ein Beispiel, nehmen wir einfach mal ein zwischenmenschliches Beispiel zwischen zwei Personen. Ja? Nehmen wir mal Konstellation Mann-Frau-Beziehung. Und einer der beiden überhäuft den anderen mit Liebe. Mit Aufmerksamkeiten, Urlaub fahren, was auch immer. All diese ganzen Sachen. Das heißt nicht, dass der andere dich mehr lieben wird dadurch. Das heißt nicht, dass der andere dich mehr lieben wird und dadurch die Gefühle stärker werden. Und das ist genau dasselbe. Auf der anderen Seite wirst du den haben, der immer abliefern will und immer reinhaut. Die ganze Zeit. Für den ist das aber nicht logisch. Für den ist das nicht logisch zu verstehen. Scheiße, eigentlich müsste ich das alles gar nicht machen. Weil es ändert nichts an der Tatsache. Also es ist jetzt gerade, wenn wir das auseinandernehmen, ist das super, super logisch. Wenn du in der Situation drin bist und dein Cocktail da oben anfängt sich zu mischen, dann ist das nicht mehr logisch. Dann ist das nicht mehr logisch. Und da kickt nämlich das rein, dass du Gespräche führst mit anderen Menschen, die dir die Sichtweise erklären, damit du lernst, deinen chemischen Cocktail zu kontrollieren. Und genau deswegen musst du darüber reden. Also sollten wir zu dem Punkt kommen, zu geben, ohne grob gesagt Gegenleistung zu erwarten. Du musst es auch gar nicht geben. Du musst halt lernen, damit umzugehen. Also für mich ist das völlig fein. Wenn ich gebe, erwarte ich keine Gegenleistung.